hallo herzlich willkommen zu einem neuen video schön dass ihr wieder mit dabei seid in diesem video geht es mal wieder um den smart home deal des tages genauer gesagt geht es heute um eine smarte ip überwachungskamera für den innenbereich es geht um eine 360 cam die sich in den letzten jahren wirklich bewährt hat nämlich die s us ctq 6 c diese kamera kostet standardmäßig 55 euro und ihr habt heute die möglichkeit sich für 40 euro zu bekommen wenn sie euch gefällt dann findet ihr einmal den link zum angebot dort unten unter dem video in der infobox dort gibt es auch noch mal alle technischen details und selbstverständlich nur der hinweis von mir an euch wenn ihr diesen deal wahrnehmen wollt dann seid auf jeden fall schnell ich weiß wie immer nicht wie lange dieser deal noch online ist die ctq 6 c von s us eine der bisher am beeindruckendsten 360 cams für den innenbereich im preissegment unter 80 euro ich muss wirklich sagen diese kamera hat mich damals wirklich vollends überzeugt und daran hat sich auch bis heute nicht viel verändert der große vorteil der ctq 6 c ist einfach es weiß mittlerweile wie man qualität in ein kamera gehäuse packten das für relativ günstiges geld und auch hier zeigt sich wieder diese kamera erfüllt einfach mehrere kriterien von der verarbeitung her ist sie wirklich richtig gut gelungen was es so ist hier gemacht hat ist einfach einen sockel kreiert auf diesem sockel steht die kamera aber im sockel selber haben wir einmal die mikrofon und lautsprechertechnik verbaut denkt man sich erstmal okay warum macht man das haben andere hersteller nicht gemacht und gerade bei den 360 cams zeigt sich einfach je nach winkel wo die sich gerade drehen wird natürlich auch das mikrofon und vor allen dingen der lautsprecher unterschiedlich ausgerichtet und das kann natürlich zu störsignalen führen oder zu verschlechterter qualität hier kann das nicht passieren ist das immer gleich zentriert und das ist schon mal der erste punkt den ich persönlich bei dieser kamera extrem feiern einzurichten übrigens super leicht für alle anfänger toll geeignet ip fähig das heißt auch wenn ihr einmal über die ip-adresse zugreifen wollen ist das hier möglich bei dieser kamera und ihr habt hier ein dual speicher system das heißt ihr könnt auf drei verschiedenen medien speichern einmal speicherkarte direkt in der kamera einmal optionaler cloud service den ihr buchen könnt oder was ich natürlich auch bevorzuge neben der speicherkarte ihr könnt natürlich auch die aufnahmen auf eurem smartphone direkt sicher macht absolut sinn meiner meinung nach dann hat man immer alles direkt auch im griff die kamera selber ist gar keine richtige 360 cam wie alle anderen 360 kameras auch bewegt diese sich nur 340 grad hier allerdings mit neigung was dieses teil natürlich auch echt mal nötig gehabt hätte kann die kamera hier ohne probleme 120 grad neigung damit kriegt ihr eigentlich den kompletten bewegungsradius raus und hat vor allem den riesengroßen vorteil wenn ihr gerade mal eine bewegung verfolgt mit der kamera ihr kommt wirklich in die unterschiedlichsten winkel optimal rein die audio qualität und dann aber vor allem die bild qualität bei dieser kamera sind sehr sehr gut auf dem datenblatt 720p denkt man erst mal okay das muss man sich etwas genauer anschauen aber sind wir mal ehrlich diese kamera liefert meiner meinung nach ihr seht das hier auch noch mal für dieses preissegment ein absolutes top da gibt es keine kamera ich kenne zumindest im 360 segment die da aktuell rankommt solltet ihr eine kamera haben die ich mir unbedingt mal anschauen soll schreibt mir das auch gerne in die kommentare und das werde ich selbstverständlich super super gerne auch für euch tun die kamera dann auch natürlich ganz groß bei nacht und hier zeigt sich einfach diese entwickelte technik mittlerweile nachtsicht ist echt klar und gerade auch hier wieder im preis leistungsverhältnis absolut in ordnung für 40 euro bekommt ihr jede kamera die wirklich komplett ist und die wirklich viel spaß macht allerdings wirklich nur für den innenbereich das heißt wenn ihr genau nach so einer kamera gerade ausschau haltet dann sichert euch das teil selbstverständlich auch zugriff mit amazon echo und google home für alle die es nutzen wollen mit den unterschiedlichen display modellen ist das ebenfalls gar kein problem und auch für alle smarten sprachstörungsliebhaber unter euch deswegen optimal zu gebrauchen link zum angebot ist wie gesagt für euch in der infobox unter diesem video habt ihr dennoch fragen zum deal lasst mich das gerne einfach alles in den kommentaren oder direkt bei telegram wissen und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten bis dahin danke ich euch fürs zuschauen ich würde mich unfassbar freuen wenn wir uns hier im nächsten video wiedersehen lasst deswegen gerne hier auf youtube ein abo da sehr sehr gerne auch die glocke aktivieren dann seid ihr immer auf dem aktuellsten stand bis dahin wünsche ich euch alles alles gute passt gut auf bleibt gesund und bleibt natürlich smart macht's gut leute bis zum nächsten video